Ein Waschtrockner ist wirklich praktisch, denn er kombiniert Waschmaschine und Trockner in einem einzigen Gerät. Aber welches Modell ist aktuell das Beste? Wir sind dieser Frage nachgegangen und deshalb stelle ich dir jetzt drei Top-Modelle von drei verschiedenen Herstellern vor. Bevor es losgeht, noch ein wichtiger Hinweis. Alle vorgestellten Waschtrockner findest du über die Links in der Videobeschreibung. Dort siehst du dann den tagesaktuellen Preis und du kannst deinen Favoriten auch direkt bestellen. Legen wir also gleich los. Auf Platz 3 haben wir das Modell WD-4000T von Samsung. Der Samsung Waschtrockner überzeugt mit einer guten Wasch- und Trockenleistung zu einem erschwinglichen Preis. Die Nennkapazität der Trommel beträgt fürs Waschen 8 Kilo und fürs Trocknen 5 Kilo. Die Trommel ist also durchschnittlich groß und für zwei Personenhaushalte reicht der Platz auf alle Fälle. Dank des Invertermotors arbeitet das Gerät besonders leise und ohne Verschleiß. Die geringe Lautstärke wurde auch von den Kunden gelobt. Der Waschtrockner verfügt über 6 Standardprogramme und 11 Zusatzprogramme, sodass du für jede Wäscheart die passende Einstellung findest. Zum Beispiel gibt es das Hygienedampfprogramm, das deine Wäsche bis in die letzte Faser reinigt und Bakterien sowie Allergene eliminiert. Und mit der Fleckenintensivfunktion wird deine Kleidung gründlich eingeweicht, um Flecken effektiv zu entfernen. Die Bedienung ist im Allgemeinen einfach, aber manche Kunden waren von den vielen Programmeinstellungen überfordert. Eine Mengenautomatik erkennt durch Sensoren, wie viel Wäsche in der Trommel ist und passt die Wassermenge entsprechend an. Trotzdem ist der Stromverbrauch vom Samsung durchschnittlich und der Wasserverbrauch sogar relativ hoch. Wie die meisten Waschtrockner hat er auch eine Startzeitvorwahl, sodass du einstellen kannst, wann die Wäsche fertig sein soll. Eine Restlaufanzeige zeigt dir dann an, wie lange das aktuelle Programm noch dauert. Praktisch ist auch das Trommelreinigungsprogramm, welches geruchsverursachende Bakterien in der Waschtrommel entfernt. Du wirst nach 40 Waschgängen automatisch daran erinnert, die Trommel wieder zu reinigen. Für die Sicherheit sorgt derweil ein Wasserschutzsystem, das dein Zuhause vor teuren Wasserschäden bewahrt. Außerdem hat das Gerät eine Kindersicherung. Wenn du also einen leisen Waschtrockner mit gutem Preis-Leistungsverhältnis suchst, dann empfehle ich dieses Gerät von Samsung. Das richtige Modell findest du über den ersten Link in der Beschreibung. Weiter geht es mit Platz 2 und dem Modell L7WBA60680 von AEG. Von den drei vorgestellten Waschtrocknern ist dieses Modell am sparsamsten. Der Strom- und der Wasserverbrauch sind hier wirklich niedrig. Die Waschtrommel bietet wieder genug Platz für 8 kg Waschen und 5 kg Trocknen. Was die Ausstattung angeht, punktet der Waschtrockner mit verschiedenen Sensoren und Systemen. Das System passt sich intelligent an eure Wäsche an, wodurch ihr auch empfindliche Textilien waschen könnt. Dafür sorgt zum Beispiel die DualSense-Technologie, welche die Temperatur und die Trommelbewegung auf die Art der Textilien abstimmt. Besonders spannend sind auch die speziellen Kurzprogramme, die die Wäsche in kürzester Zeit waschen und direkt im Anschluss auch trocknen. Das ist vor allem dann praktisch, wenn ihr gerade nur wenig Wäsche zu waschen habt. Und mit der Nachlegefunktion könnt ihr flexibel mehr Wäsche nachlegen, auch wenn das Programm bereits läuft. Die Bedienung von dem Waschtrockner geht dabei einfach und funktioniert zuverlässig. Ein kleiner Nachteil von dem Gerät ist aber die Lautstärke im Betrieb. Zwar liegt sie noch im Rahmen, aber die anderen beiden Modelle aus dem Vergleich sind nochmal deutlich leiserer. Was die Größe vom Gerät angeht, haben übrigens alle drei Modelle aus dem Vergleich die Standardmaße von ca. 85 x 60 x 60 cm. Wenn du also einen besonders sparsamen Waschtrockner suchst, dann empfehle ich dieses Modell von AEG. Noch mehr Infos findest du über den zweiten Link in der Beschreibung. Übrigens, wenn du deinen Waschtrockner gleich bei Otto bestellst, denk daran, dass du kostenlos dein altes Gerät mitnehmen lassen kannst, wenn du dieses Kästchen anklickst. Und wenn du willst, kannst du auch gleich einen Anschluss-Service dazu buchen. Kommen wir jetzt aber noch zu Platz 1 und dem Bosch WNG 24440 Serie 6. Ein Vorteil ist hier die große Waschtrommel. Sie hat eine Nennkapazität von 9 kg zum Trocknen und 6 kg zum Waschen. Somit ist das Gerät auch für größere Haushalte geeignet. Die Kunden loben außerdem die sehr gute Wasch- und Trockenleistung. Die größte Stärke ist aber die geringe Lautstärke im Betrieb. Von den drei vorgestellten Modellen ist der Bosch am leisesten. Daneben sorgt eine stufenlose Mengenautomatik für einen wirklich niedrigen Wasserverbrauch. Der Stromverbrauch ist hier allerdings relativ hoch. Zu den praktischen Funktionen vom Bosch gehört unter anderem die Auto-Dry-Funktion. Temperatur- und Restfeuchte-Sensoren schützen dabei die Wäsche vor zu hohen Temperaturen und vor Schrumpfung. Und auch hier gibt es eine Fleckenautomatik, um bestimmte Fleckenarten gezielt zu entfernen. Die Struktur von der Waschtrommel wurde übrigens so gewählt, dass eure Wäsche möglichst schonend behandelt wird und nicht zerknittert. Daneben hat er auch eine Nachlegefunktion, sodass ihr jederzeit noch Wäsche dazugeben könnt. Und was natürlich nicht unwichtig ist, auch optisch macht er einiges her. Die Glastür verleiht dem Gerät einen eleganten Touch. Zusammengefasst schneidet der Bosch in allen Bereichen sehr gut ab, nur der Energieverbrauch könnte etwas besser sein. Wenn du also einen besonders leisen Waschtrockner mit großer Waschtrommel suchst, dann empfehle ich dieses Modell von Bosch. Und hier ist noch die Vergleichstabelle mit den wichtigsten Eigenschaften im Überblick. Die Stärken und Schwächen habe ich dir in Grün und Rot markiert. Die tagesaktuellen Preise von den Waschtrocknern findest du wie gesagt über die Links in der Videobeschreibung. Dort kannst du deinen Favoriten dann auch direkt bestellen und bequem zu dir nach Hause liefern lassen. Und das war es auch schon mit dem Vergleich. Jetzt weißt du hoffentlich, welches Modell für dich das richtige ist. Wenn ich dir mit diesem Video helfen konnte, lass mir gerne eine positive Bewertung da. Vielen Dank und natürlich viel Spaß mit deinem neuen Waschtrockner.